Ey, die machen immer den Pull, da können wir doch gar nicht da sein. Kann ich den haben? Okay. Gibt's nicht, gibt's nicht, warum ich, warum ich, warum ich, warum ich, warum ich, nein, lass mich alle in Ruhe, geht zum Helm, nein, nein, fah, fah, Ah, nein, ich war ein dritter, jetzt bin ich zehnte. Und da haben wir jetzt natürlich die wieder auf Tanzflag, da erinnere ich mich noch dran, die war schnell unterwegs und die hat viel getreten. Okay, also ich habe halt nur Blocken gedrückt, das hat glaube ich nicht geholfen, wa? Geh hoch jetzt. Ja. Ja. Juli, guck mal, kannst du dich umdrehen auf dem Seil? Ja. Warte, ich will die Animation nochmal sehen. Äh, Juli. W-Wa? Ja, dem. Mann, du darfst doch nicht vertrauen. Ja. Mann, du darfst doch nicht vertrauen. Ja. Mann, du darfst doch nicht vertrauen. Mh, wenn er so gut ist, äh, schläft er einfach auf mir und ich krieg manchmal keine Luft, weil er sich hier so hindicht. Oh-oh. Er will dich umbringen im Schlaf, das ist so süß. das gibt es auf dem fünften platz eine rakete das ist okay ist auch noch eine rakete ja natürlich klar gehört nicht zu den traurigsten momenten meines lebens passiert einfach durch die mitte Johnson sagt meine frau und ich habe wegen dir Dark Souls 3 angefangen und sind süchtig sie ist bei den Abyss-Watchers und ich habe gerade die Deacons geschafft danke dafür geil freut mich das ist aber lieb habt ihr keinen sex man kann bei Mario Kart nach hinten gucken warum spielen wir seit zehn Wochen Mario Kart und ich weiß nicht dass man nach hinten gucken kann auf welchem Knopf Boah wie geil nochmal ist schön zu sehen wie viel Spaß du hast Willkommen zu Shut Up Reaktor Ne komm hau ab Hör ab Oh warte mal Hau ab meine ich Hör ab was Ne Du bist so widerlich Chiara Ne Was für Run and Gun Was ist das denn Helfen sie mir Was ist das Der hilft sie mir ich bin in Gefahr Oh der ist einfach mit der Wände gerannt Und Oh Ah Ab Zeig mir mal geile Tricks Vengard wenn deine Mets fliegen vor die Scherben einfach P90 rein Mann, das hätte ein Monster-Movie sein können! Oh! Sick Shortcut. Einfach auf den Kooper drauf. That's the way. Da kam so ein weißer, dickflüssiger Saft raus und den hat sie mir so aufs Gesicht getupft, auf meine Sommersprossen. Die ganze Fresse voll mit diesem weißen Klebesaft-Scheiß und dann sollten die davon weggehen. Ich war mein Model in der Bravo. Warst du? Nö. Aber ich. Warst du nicht? Doch. Aber nicht in der Fotoloss-Story. Wirklich? Ja. Nicht wirklich. Hast du die Ausgabe noch? Oh mein Gott, das muss irgendwer finden. Kann man das noch finden? Nein, das ist alles vernichtet im Internet. Sicher? Chef, ihr habt eine Aufgabe. Ich werde die ganze Nacht dafür suchen. Scheiße, was habe ich getan? Hey, dicht schiesig. Tschüss. Und jetzt? Was willst du tun, hä? Da klebt ein bisschen back. Let's gooo. Let's go! Oh mein Gott! Was? 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 Das ist gut, oder? Das ist schön. Aber du bist da braun. Aber du konntest vor Waltz... Was? Was ist denn das? Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Aber ich spiele ihn nicht verwandelt worden. Haha. Was? Ja! Was? 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 Was?